gut dann nochmal ein herzlich willkommen von mir dr markus stöcher bin biologe kein mediziner komm aus der genetik eigentlich auch aus dem bereich und was es heute gehen sollte was macht eine m rna im körper was macht ein virus im körper war drei fünf jahre in der virologie in der genetischen virologie in der medizinischen virologie sage mal auf der basis der erbsubstanz habe mich da mit hiv viren beschäftigt mit herpesviren beschäftigt habe genau dort das entwickelt was man jetzt so von den ganzen analysen vom corona virus kennt nämlich diese pcr tests die habe ich halt entwickelt für einzelne fragestellungen ihr habt das sequenzieren betreut im akh in linz zum thema wann wird ein virus resistent wie kann man dann darauf reagieren wo sieht man welche veränderungen er durch mutationen macht über das möchte ich auch ein bisschen reden und dann natürlich hauptfokus des heutigen tages des heutigen abends impfen pro und contra es ist derzeit noch nie so ein heißes thema gewesen ich habe mich über die jahre jetzt seitdem ich vorträge mache 2012 immer gewährt über das impfen zu sprechen weil man ja immer grundsätzlich als im verweigerer klassifiziert wird wenn man etwas negatives sagt oder wenn man etwas gerade rückt aber ich möchte wirklich die pros und kontras mal auf den tisch legen anhand der vier gängigsten viren die zu zwei großen gruppen gehören also die m rna-viren impfstoffe und die die vektor oder vektorisierten impfstoffe und die möchte ich an einer gegenüber stellen wenn jetzt einer sagt es gibt eh nur die m rna impfstoffe das stimmt nicht das sputnik also der russische impfstoff und auch der der jetzt in china ist das sind die vektor basierten genauso wie auch der von astra zenig ist der vektor basierende möchte ich dann einfach ein bisschen aufklären und dazu heute soll es nicht darum gehen was man dann tun muss oder kann interessant ist natürlich wenn man eine entscheidung fällen könnte in österreich ist es derzeit noch nicht so aber zum beispiel in anderen ländern hat man gehört kann man sich entscheiden welchen impfstoff man nehmen will also will man die m rna impfstoffe haben oder die vektor impfstoffe haben vielleicht jetzt bei uns dann auch irgendwann einmal so sein und das soll es heute gehen dass ich ein bisschen eine geschichte erzähle was passiert wenn wir diesen impfstoff in unserem blutkreislauf beziehungsweise unsere muskulatur hinein gespritzt bekommen ich möchte ein bisschen ausholen über den sinn der impfung wie das ganze entstanden ist und dann natürlich auch über die möglichen probleme dieser neuen technologien die da auf dem tablett sind gut damit sie wissen mit wem sie es zu tun haben wie gesagt doktor der naturwissenschaften also dr janat nicht dr med ich bin genetiker als genetiker arbeitet man nicht in österreich dann müsste man auf einer klinik arbeiten so wie ich zwölf jahre getan habe jetzt bin ich lebensberater oder lebenscoach wie man es immer auch sehen will habe ein eigenes institut mit dem ich auch dann so was mache wie präventions analytik auf basis von alternativen methoden wie bioresonanz das mache ich entweder in meiner praxis in furchtdorf oder auch manchmal in fuschl also einmal für die salzburg einmal für die oberösterreicher wer von weiter her kommt wir machen das auch online über unsere technologie das ist der gesundheitsalgorithmus wo wir auch jetzt schon analysieren können auf basis verschiedener daten welche schwachpunkte zum beispiel das immunsystem eines menschen hat und das machen in kooperation mit verschiedenen anderen anwendern die österreichweit immer wieder im zwiegespräch mit uns sind gut also wie haben wir eigentlich einen impfstoff zu betrachten und manche sagen ja zum beispiel diese m rna impfstoff ist gar kein impfstoff sondern ein medikament um das ganze zu klären muss man ein bisschen aufholen ausholen also wir haben zwei große gruppen von mikroorganismen die uns immer wieder fordern so würde ich das auch wirklich sagen es sind das einerseits die bakterien und andererseits die viren natürlich fordern uns auch die pilze natürlich fordern uns auch die parasiten aber die sind eher langsam schnell sind die viren sind die bakterien warum eine bakterie infektion ist deswegen so ein großes thema weil man innerhalb von kurzer zeit eine menge von klonen hat von diesen einen bakterien des einen infiziertes heißt bakterien duplizieren sich alle 20 minuten also alle 20 minuten kommt zu einer verdoppelung der menge also hat man einmal wird man an genießt und es kommen so 1000 bakterien auf die schleimhäute dann hat man in kurzer zeit also noch 20 minuten schon 2000 nach 40 minuten dann hat man 4000 und so weiter und so weiter auch 1000 16.000 also das ist das problem von bakterien dass sie sehr schnell sich teilen können da gibt es aber seit den 40er jahren des 19 20 jahrhunderts schuldigung 1940 die patent lösung die zwar damals als patent lösung verkauft worden ist aber wo wir auch probleme sehen und das sind die antibiotika das heißt die antibiotika sind eine technologie die uns ein loch bohren lässt in einem bakterium und damit es töten können das heißt wenn man eine bakterielle bakterielle infektion hat dann kann man mit antibiotika die sehr gut unter kontrolle kriegen und weil es über die jahre viele verschiedene typen von antibiotika sich entwickeln haben können hat man über lange zeit bakterien immer gut unter kontrolle halten können es gibt ein paar bakterien die sind sehr unspezifisch also kann man so nicht mit antibiotika abtöten sind besonders im afrikanischen bereich einige dieser krankheiten wo ich will ich heute gar nicht eingehen das problem was man mit antibiotika haben ist aber dass über die jahre und jahrzehnte eines übermäßigen nutzungs erfolges die man gehabt hat also quasi bei jeder kleinen fieberattacke hat man gleich mein antibiotikum gekriegt und meistens ist es dann auch abgeklungen diese diese fieberattacke aber auf den kosten dass diese bakterien gelernt haben mit den antibiotika zu arbeiten was man damals auch immer übersehen hat was man jetzt auch immer noch übersieht ist dort wo bakterien sind sind auch viren das heißt immer wenn man antibiotika gibt dann hat man zwar das antibiode das bakterien in schach gehalten aber der virus hat sich gefreut also hat immer etwas erkauft dass man scheinbar den infektauslöser quasi determiniert hat dass der quasi gestorben ist auf der anderen seite hat man die natürliche flora die im gleichgewicht zwischen bakterien und viren aufrecht erhalten sollte hat man auch quasi in ein ungleichgewicht gebracht in dem es gestärkt hat also man hat über jahre die bakterien immer nach bekämpft und die viren sind auch leider dann immer stärker geworden man sieht auch jetzt dass man bei der grippe sehr viel mehr varianten hat die vom tier auf den menschen übergreifen weil auch hier hat man sehr viel mit antibiotika gearbeitet in den großen tierzuchten ob das jetzt puten sind ob das jetzt hühner sind oder was immer hat man sehr viel mit antibiotika gearbeitet und hat sich dadurch natürlich da auch wieder ein ungleichgewicht erstellt einerseits dass man immer weiter mit antibiotika arbeiten muss also in einer großtierzucht wo sagen wir mal 4000 hühner in einem auf 1000 quadratmeter sind muss man schon einmal manchmal mit antibiotika sagen wir mal 200 quadratmeter sind muss man schon mit antibiotika dauertherapien um dann nicht irgendetwas hochkommen zu lassen aber was dann passiert ist wenn man irgendwen immer ständig mit antibiotika therapiert und bei hünen hat man das sehr viel mehr noch gemacht über menschen dann werden eben nicht nur die bakterien resistent sondern auch die viren verändern ihre struktur und das ist jetzt da auch auf jeden fall passiert im bereich der vogelgrippe und der schweinegrippe nur dass man da mal so den konsens hat was tut man wenn man so eingleisig ein problem in der mikrobiologie lösen will wenn man zum beispiel nur einen pilz wegkriegen will dann verändert man auch das ganze milieu und die parasiten versteht man grundsätzlich überhaupt noch wenig da gibt es auch wenig was dagegen hilft und rede ich jetzt nicht nur von würmern und irgendwelchen egeln sondern da gibt es viele 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 diese diese antibiotika geschichte war trotzdem ein ruhmes blatt für die medizin weil man hat dann auf einmal unglaubliche möglichkeiten gehabt bei operationen man hat unglaubliche möglichkeiten gehabt bei irgendwelchen infekten die man sonst nicht unter kontrolle gebracht hat hätte und hat dann natürlich auch das milieu sage mal dieser ersten welt so von den meisten grundsatz problemen geheilt dass man gesagt hat okay man ist bei den bakterien eigentlich glücklich bis auf vor 10 20 jahren wo man drauf gekommen ist okay es wird immer gemeiner in den spitälern gerade weil da sehr viele kranke mit sehr vielen bakterien herumrennen die dann auf dauer wenn sie sehr oft therapiert werden resistent werden also hat man jetzt zum beispiel das alarmsignal seit fünf bis zehn jahren dass es in manchen krankenhäusern nur mehr zwei antibiotika gibt die wirklich helfen und alle anderen dutzenden die funktionieren nicht mehr weil so viele resistente keime sind das ist so der berühmte krankenhaus kein der staffel kokos ares ist da zum beispiel ein beispiel und so wie die antibiotika bei den bakterien so einen stadt zielsieg gemacht haben so hat man sich auch vorgestellt für impfungen das heißt dass was die antibiotika für die bakterien sind sind die impfstoffe für die viren warum hat man dann nicht so etwas ähnliches geschafft wie bei bakterien bakterien sind wirklich lebewesen die für sich alleine leben können darum ist sind sie angreifbar wenn sie zwischen den zellen herumschwimmen oder wenn sie im darm herumschwimmen oder wenn sie in irgendwelchen schleimhäuten kleben dann sind sie dort angreifbar durch das antibiotikum das bohrt ein loch rein und dann geht es puff dann ist das bakterium weg wir sind nicht allein lebensfähig wir sind ein teil unserer erbsubstanz sie müssen einen wird finden dort sich ein misten und sich dann dort reproduzieren und weil es da eben dann nichts gibt was dann nicht auch die zelle töten würde hat man einen hat man impfstoffe entwickelt das heißt man hat versucht mit dem immunsystem zusammenzuarbeiten man hat versucht dem immunsystem zu sagen bitte du hast einen feind den du vielleicht noch gar nicht kennst oder der für dich jetzt noch nicht zum problem ist bitte machen zu deinem thema und das hat man in verschiedensten varianten gemacht zuerst mit todviren oder die reihenfolge ist jetzt irrelevant aber man hat dann wir abgetötet und hat dem immunsystem diese toten viren präsentiert und das hat in vielen fällen dann auch wirklich darauf reagiert das problem der frühen impfentwicklung war immer das dass das der virus alleine dem system nicht genug reiz war um wirklich dagegen etwas zu arbeiten weil was soll ein immunsystem arbeiten das immunsystem soll den virus erkennen das machen die tele lymphozyten sollte dann den anderen lymphozyten b lymphozyten eine information geben das ist der virus machen wir bitte einen antikörper der genau nur diesen virus erkennt und dann gibt es wieder andere zellen gedächtnis zellen die dann quasi diese information dann für die ewigkeit in sich tragen so sollte eigentlich eine impfung sein oder sollte entschuldigung ein virus infekt für das für den körper als lernprozess sein das heißt das immunsystem erkennt dass es ein feind das ist was fremdes das ist für mich nicht gut markiert das mit vielen kleinen antikörpern und tötet das dann natürlich im primären fall ab und im sekundären fall sagt man dann okay diese antikörper werden auch zu gedächtnis zellen das heißt das sind zellen die sofort wenn an irgendwelchen stellen im körper diese selbe information dieses virus wieder auftritt sofort aktiv werden können und damit die antikörper produktion sehr viel schneller zum ziel führt dass die antikörper den virus attackieren beziehungsweise über andere zellen töten also sie attackieren dann aber auch nicht den virus sondern die attackieren eine viral infizierte zelle also ein virus der eine zelle eindringt wird auch dort zerstückelt baut seine erbe information in den zellkern ein um sich dort zu reproduzieren dort muss er hin dort ist die maschinerie die teile die vom virus übrig bleiben die werden auch dann nach außen transportiert weil das die die zelle sagt ja okay du gehörst nicht zu mir du hast mich zwar attackiert aber ich möchte nach außen anzeigen dass es mir nicht gut geht dass ich infiziert werde und diese oberflächen mark also da werden teile des virus an die oberfläche gibt geschoben und dort werden sie erkannt von den antikörpern und dann kann eine dritte vierte fünfte zellpopulation des immunsystems diese antikörper erkennen und die zelle abtöten ob das jetzt killer zellen sind oder makrophagen was immer ist egal aber so läuft eigentlich die geschichte ab und das wollte man nachbauen also man hat dann irgendwann verstanden wie so ein virus funktioniert wie das genau passiert dass er zuerst in über die schleimhäute eindringt dann seinen ziel ort findet die sind oft sehr spezifisch die viren und dann quasi die zelle infiltriert dort in bis zur erbsubstanz vordringt und in der erbsubstanz seine information einbaut und über diese apparatur die des impfadies die erbsubstanz dupliziert dann auch sich selbst wieder dupliziert und dann baut und dann gibt es zwei varianten entweder es ist ein virus in der lytischen phase oder in der lysogenen phase wir kennen sehr viele viren die sind in einer lysogenen phase die bauen sich mal einfach in den in die erbsubstanz ein und schlafen welche sind das erb wir zum beispiel also die hat man dann oft ein leben lang die können oft ein leben lang schlafen können aber sehr bald auch wieder aufwachen wieder probleme machen oder immer zyklisch aufwachen und probleme machen das sind eher die langsamen viren die haben auch mit unserer revolution sehr viel zu tun und die sind auch meistens auf dna basis das werden heute auch noch eingehen wo es dann immer heißt ja diese diese impfungen sind ja auf rna basis und die können nie wie nie in die erbsubstanz eintreten und damit können sie auch nie teil unserer erbsubstanz werden aber sie können etwas anderes meiner ansicht nach ist für viele jetzt ein bisschen weit hergeholt aber sie können die epigenetik verändern werde ich dann noch einmal sagen das heißt entweder sie gehen in den lysogenen zyklus also alles müsst ihr euch nicht merken ich möchte euch nur die geschichte erzählen und die dann gegen den lytischen zyklus die sagen also ich pumpe es so viel also ich produziere so viel material über die erbsubstanzapparatur von meiner information als ich baue meine virus infektion milliarden fach oder millionen fach so lange und dann schweiß ich natürlich aus aus dem zellkern dort wird wirklich ein virus gebaut ein virus partikel gebaut und dann platzt irgendwann die zelle und dann kann ich mit einer zelle dann viele hunderte andere zellen infizieren weil dann alles was rundherum ist dann wieder quasi von der von dem virus attackiert wird also so ist dann ein viraler prozess dass man sagt okay da gibt es viren die sind langsam und dann gibt es viren die sind schnell da gibt es viren die sind sehr egoistisch würde man sagen und andere arbeiten mit uns ganz schlimm sind natürlich viren die unsere erbsubstanz gar nicht kennt zum beispiel ein herpes virus hat man nachgewiesen der ist seit acht millionen jahren schon mit unserer erbsubstanz in kontakt also man hat schon spuren von dem gefunden von wirbeltieren oder von tieren die vor acht millionen jahren gelebt haben oder erbsubstanz die vor acht millionen jahren gefunden oder intakt gewesen war es einmal so also das heißt für unser immunsystem ist immer sind ist der virus ein problem den er so gar nicht kennt und der auch mit gar nichts verwandt ist also wenn er verschiedene verwandtschaftsgrade hat hätte wir haben zu einem verwandten von unserem covid 19 sas 2 wir haben den sas 1 2003 gehabt aber mit dem haben die wenigsten gott sei dank kontakt gehabt weil das war wirklich ein killer also der hat eine sehr viel stärkere mortalität also eine todesrate gehabt als jetzt der sas 2 aus verschiedenen gründen die jetzt auch nicht groß ein thema sein soll das heißt wir haben jetzt gelernt wie eine infektion von statten geht und jetzt kommen wir zu dem punkt ja wie geht dann ein impfstoff von statten und wir kommen noch ein bisschen zurück zu dem punkt wo ich war also zuerst aber mit toten viren gearbeitet dann hat man oft nur mit den viren toxine gearbeitet auch viren machen toxine also die zellen oder wenn sie mit den zellen kontakt sind werden der giftstoffe frei toxine hat man auch für manche impfungen dann toxine gemacht man hat auch dann mit lebendviren gearbeitet das heißt man hat einen virus genommen genau den den man wollte und hat ihm nur den teil herausgenommen der in der replikation in der vervielfachung wichtig ist also das waren so die ersten drei großen impfstoff entwicklungsstadium das eine ist quasi todvirus man hat eigentlich nur den müll von einem toten virus rein gespritzt dann hat man lebendviren genommen das waren zwar die letzten und dazwischen aber toxische substanzen genommen die da dem immunsystem sagen so da gehört jetzt was gemacht warum die wir warum die impfungen immer schon einen schlechten ruf gehabt haben ist das wollte ich ganz am anfang noch mal sagen jetzt sage ich es noch mal konkreter ist weil ein immunsystem auf solche dinge wie ein paar tote viren oder ein paar aktive viren die aber dann nicht wirklich aktiv sind oder ein bisschen toxine wenig aktiv wird das heißt wenig reagiert das heißt was hat man immer dazugeben müssen zu solchen impfstoffen schwermetalle also man hat immer aluminium oder blei also aluminium ist jetzt kein schwermetall aber hat immer was dazugegeben was quasi wirklich eine große menge an immunzellen an zieht weil das ist ein großes problem wenn der kiffstoffe direkt in über die haut oder in den muskeln eingespritzt werden also man hat immer sehr viel chemie auch blöd gesagt rein geben müssen dass das immunsystem überhaupt angelockt worden ist um sich gegen oder für dieses problem das da hinein geimpft wird überhaupt zu interessieren und das ist schon ein problem dass man das einem sagen wir vier monate sechs monate alten kind antut da schon eine schwermetall belastung zu initiieren im körper es hat aber immer geheißen okay man muss jetzt abwägen was ist jetzt schlimmer maßen mumps und röteln oder ein bisschen schwermetall drei vier mal in den ersten zwei lebensjahren so hat man heute dann abgewogen gesagt ja wir wissen dass es nicht ganz unproblematisch ist aber insgesamt muss man sagen ja wir wollen eine krankheit ausrotten das ist jetzt der nächste punkt den ich nennen möchte man will immer eine krankheit ausrotten und das ist bei viren natürlich noch viel schlimmer als bei bakterien weil bakterien ja für sich eigene lebendige wesen sind und die viren ja mit uns interagieren also wenn wir eine krankheit ausrotten wollen oder wollten so wie polio dann wird es immer irgendwelche durchschlüpfer geben die sich dann eine neue ziel geschichte vornehmen weil zum beispiel bei polio sind es die toxine die dann auf der muskulatur so stark wirken oder dann die lebenserscheinungen machen die werden sich dann vielleicht was überlegen wie sie toxine produzieren die nicht nur auf der muskulatur wirken sondern auch im gehirn also das tun schon auch manche aber insgesamt diese taktik finde ich genetisch molekular biologisch oder überhaupt naturwissenschaftlich eigentlich dem scheitern verurteilt dass wir glauben wir können durch impfungen durch impfstoffe durch sehr spezifische attackierung von viren irgendetwas ausroten wir können es nur für uns unter kontrolle bringen unserem immunsystem was lernen ausroten würde heißen wir können den virus wegbringen aber wir können keinen virus jemals aus unserer erbsubstanz löschen unsere erbsubstanz besteht im groben aus mehr als 50 prozent viraler informationen die sind zwar keine intakten viren aber sind sind teile von viren die über die jahre und jahrmillionen immer wieder sich integriert haben man muss sich immer vorstellen diese virus informationen integrieren sich an stellen oft zufällig oder auch nicht zufällig das versteht man noch nicht so ganz um sich dort zu replizieren das geht an verschiedenen stellen verschieden gut und dann bleiben manche viren irgendwo stecken und werden nicht repliziert und manche andere nicht gerade veränderungen im erbsubstanz bereich sind oft viralen springenden genen geschuldet das heißt das sind themen die da greifen wir schon in die evolution ein indem wir mit einer impfung oder mit entschuldigung mit einer viralen kontrolle versuchen da ein lebendiges virales zusammenspiel zwischen externen viren und internen viren zu verändern so und da kommen eigentlich fangen wir von hinten nach vorne an zu den vektor impfstoffen die vektor impfstoffe sind so die letzte oder vierte generation von impfstoffen da hat man dann anders gedacht und war auch schon genetisch soweit das ist auch zur zeit wo ich noch studiert habe sagen wir mal in den 90er jahren waren da die großen durchbrüche wo es darum gegangen ist dass man gesagt hat okay man möchte sehr gezielt reingehen im system ohne da etwas falsches zu implizieren und was hat man dann gemacht man hat sich gedacht okay man nimmt einen virus her den der körper kennt und auch doch wieder nicht da ist man sehr schnell zum adenovirus gekommen also normaler schnupfen virus aber dann hat man dann nicht von menschen genommen sondern von schimpansen also von affen und hat quasi die information dieses virus rausgeschmissen und informationen die man wollte hat man reingeklone so wird man sagen klingt immer böse aber das hat man geklont und dann hat man dieses diesen virus partikel vervielfältigt molekular biologisch biotechnologisch und hat es als impfstoff genommen was man dazu braucht sind sehr viel eier das ist als nährmedium sage ich mal so was man das dafür braucht ist dann eine gute technologie basis auf der man das auch wirklich groß technisch machen kann das haben alles entwickelt in den letzten 20 30 jahren darum ist es auch eine plattform mit der sehr viel und sehr schnell gearbeitet werden kann darum auch diese schnelle reaktion von sagen wir sechs monaten dass man einen impfstoff einmal von null bauen kann und dann im tierversuch startet das ist schon beim punkt wie werden solche impfstoffe getestet also phase eins ist wirklich zellkultur man nimmt quasi zellen die dem ziel des virus ähnlich sind das wären bei unserem fall jetzt epithelzellen seien der lunge gibt es ja zell linien die man so hat also wie steht entsteht eine zellinie eine zellinie ist meistens ein krebs also die ersten zellinien die gehabt haben das waren wirklich krebszellen von irgendeiner person die heißen dann auch so heller zellen zum beispiel sind von einer helene irgendwas la gemacht also gekommen das heißt es ist wirklich aus einem tumor das ist eine unsterbliche linie von zellen jetzt zum beispiel in unserem fall von lungen epithelzellen also lungenoberflächen zellen und die hat man dann quasi mit diesen viren bearbeitet und hat geschaut okay wie viel brauche ich überhaupt dass da von meinen adenoviren von diesen schnupfen viren von dem schimpansen oder von den anderen affen da genug an der oberfläche binden können und dann auch in die erbsubstanz reinkommen können das muss dann immer nachgewiesen werden okay wie viel brauche ich da überhaupt in welcher menge müssten die zur selten zeit wie lange einwirken damit das überhaupt passiert also das ist so die phase 1 reine zellkultur da sitzt einer in seiner abluft kabine und schmeißt auf verschiedene mengen von zellen verschiedene mengen an impfstoff drauf es wird auch nur drüber geschüttet dabei gibt es nährmedien und was auch immer der zweite versuch der etwas länger dauert ist standard tierversuch und da hat astrazänik also das erste mal so ihre rückschläge gehabt sagen wir mal im sommer oder im herbst wo es dann geheißen hat sie haben dann wirklich mit affen gearbeitet die ja unsere menschen am meisten ähnlich sind oft wird auch mit schweine gearbeitet die uns vom stoffwechsel auch ähnlich sind und dann wird bei denen einfach versucht welche dosis macht welche probleme also wenn ein affe zum beispiel wenn er den impfstoff kriegt probleme mit dem herzen kriegt dann wird man das sehr schnell sehen auch beim schwein wird man das sehr schnell sehen bei mäusen ist es schwieriger weil die einen anderen stoffwechsel haben darum ist es nicht so vergleichbar weil die sehr schnell probleme machen wenn die falsche medikamente kriegen also muss man etwas nehmen was er in unserer dimension ist also hat man aber auch nicht so wie beim mäuse versuch innerhalb von zwei drei wochen eine information sondern das dauert schon zwei drei monate bis man sagt okay mit der dosis habe ich den besten effekt mit den wenigsten nebenwirkungen oder überhaupt keine nebenwirkung ja und dann kommt ein impfstoff in die phase wo es heißt okay ich nehme jetzt gesunde menschen und schaue ob die dosis die ich jetzt hochrechnen kann von meinem schwein obwohl das ich sehe von der vom gewicht her ist meistens runter zu rechnen und nicht hoch zu rechnen aber sagen wir wir nehmen die selbe menge impfstoff dass wir von einem 70 kilo schwein haben auch für den menschen klingt jetzt böse aber ist so oder beim affen wird dann hochgerechnet was heißt das jetzt für die menge die ein mensch braucht und dann wird das bei gesunden probanten genutzt da ist mein erster punkt auf den ich aufmerksam möchte dass alle studien die da gemacht werden werden meistens mit personen gemacht die zwischen 25 und 45 sind und daher unten die geschichte wer ist die zielgruppe impfung und wer war in den studien also punkt eins in den studien waren auf jeden fall keine 80 jährigen die eigentlich als zielgruppe gesehen werden also nicht in der ersten studien im ersten studien bereich und auch nicht in den zweiten studien also es gibt dann drei klinische phasen zuerst werden quasi wirklich die gesunden getestet dann einige gesunde mit kranken getestet und dann viele kranke getestet und dann kommt es eigentlich erst zur zulassung und diese daten müssen quasi alle dann präsentiert werden die müssen zugänglich sein die müssen von unabhängigen wissenschaftlern gemacht und darum ist so mein erster negativer einwand wie es gelaufen ist ob es jetzt emerita oder vector impfstoffe ist es egal es geht darum dass in diesen ersten zwei studien klinischen studien abschnitten auf jeden fall nicht die zielgruppe dran war die jetzt dran ist ist einmal gut für die die so in meinem alter sind ich bin 47 da muss ich mal sagen okay wenn von diesen einigen tausend die da geimpft worden sind dann wenig rausgekommen ist dann schaut es gut aus zweiter nachteil bei diesen dingen grundsätzlich ist aber auch dass dann oft andere ethne geimpft werden wie zum beispiel sehr gerne werden impfstoffe in afrika getestet da muss man jetzt nicht rassistisch sein zu sagen die sind anders sondern die sind oft wirklich vom immunsystem her ganz anders getriggert haben andere umwelteinflüsse sind von der vor impf geschichte ganz anders laufen ganz anders also da haben wir das thema dass man da sagen muss okay man müsste dann wirklich die zielgruppe die man impfen möchte als haupt studienteilnehmer haben und das kann man dann in europa eigentlich nur machen indem man studenten kauft und dann sind auch nicht unbedingt in der zielgruppe der 70 80 90 jährigen aber egal diese weg der impfstoffe haben so ihre rückschläge gehabt von russland der sputnik weiß man jetzt nicht ob der irgendwelche rückschritte gemacht habe in der entwicklung aber scheinbar hat man auch dort eine plattform gehabt oder hat man immer wo man sehr schnell diese adenoviren diese schnupfen werden mit jeder information bestücken kann und dann vervielfältigen kann um den impfstoff drauf zu machen darum fürchten sich auch diese impfstoff hersteller nicht vermutationen die dann wirklich probleme machen könnten also was ist eigentlich die information die ganz wichtig ist die durch den impfstoff aktiviert werden muss das ist dieses bike protein das ist die oberflächen marker die händchen die das virus ausbreitet um sich an eine lungenzelle anzudocken und dort dann seine erbe information hineinzubringen um seine verschiedenen teile hineinzubringen das ist das was man will man will dass das system schon von vornherein diese spike proteine sichtbar als feind erkennt und dann in der zukunft auch immer als immun antwort start hernimmt jetzt haben wir die informationen in london in england da weiß man das betreffend nicht das spike protein dann hat man welche in südamerika und dann haben wir die südafrikanische und scheinbar ist die südafrikanische die wo auch dieses spike protein ein thema ist und jetzt heißt wieder wahrscheinlich bald einmal also möchte da nicht den teufel an dem mann wand malen wer von den zwei technologie basen ist dann schneller sind die vektor impfstoffe oder sind die mrna impfstoffe rein praktisch sind immer die mrna impfstoffe die sind immer schneller da hat man ungefähr innerhalb von sechs wochen einen neuen impfstoff bei den anderen hat man so ungefähr nach drei monaten einen neuen impfstoff würde man sagen wenn man gute basis hat das zu klonieren der große vorteil sage ich mal wenn man von irgendeinem vorteil sprechen kann bei den vektor impfstoffen ist dass man die natur nachahmt das heißt dieser vektor impfstoff ist wie ein virus der wie ein virus fungiert das heißt er indiziert seine erbsubstanz oder attackiert die zelle bringt seine erbsubstanz in den bereich der der zelle der erbsubstanz rein dort integriert das wird dort vervielfältigt und kann dann quasi als spike protein an der oberfläche verwendet werden um das immunsystem anzulocken also das ist das wo wir jetzt keinen bypass setzen das heißt wir haben einen normalen viralen infekt nachgebaut wir haben jetzt keine umwege gemacht wir haben jetzt keine großen veränderungen in der immunantwort gemacht besonders was eine entzündung betrifft also auch durch eine impfung wird eine entzündung produziert das ist ja nichts anderes als ein auslösen der der immunkaskade das heißt ein immunsystem eine immunzelle erkennt da kommt was rein was nicht rein gehört ist was böses was falsches was artfremdes und das muss ich mit meinen kollegen attackieren und diese kollegen auf den plan zu rufen dazu braucht seine entzündung und diese entzündung ist das was dann was uns jetzt auch als normal verkauft wird dann eine schwellung macht auch schmerzen macht auch gelenksprobleme macht nach der impfung innerhalb der 48 stunden nach der impfung kannst dazu kommen weil die entzündung dann nicht nur am ort der impfung ist sondern rundherum auch das heißt habe ich schon entzündungen in der nähe des impfortes dann habe ich möglicherweise gerade durch diese entzündungswelle die durch den körper geht wieder auch diese entzündungen aufgeweckt also es zeigt mir auch wo ich meine schwachpunkte habe und das wird uns jetzt als nebenwirkung als ganz normale nebenwirkung verkauft ja das stimmt interessanterweise gilt es für mich für mein denken aber nur für die vektorisierten impfstoffe da wo wirklich mit einem virus gearbeitet wird für die mrna im stoff auf die jetzt dann gleich komme gilt es nicht das sind ja keine viren das sind in fettkügelchen in quasi kleinst moleküle aus fett eingepackte messenger rna partikel mehr ist das nicht also da hat man von einem virus gar nichts mehr wie kann es da zu einer impfreaktion kommen eine impfreaktion auf dieser basis ist allgemein dann nur auf diese sage ich mal zubereitung dieser fettkügelchen zurückzuführen und das ist jetzt nicht nur weil das mann nanopartikel sind sondern das sind auch wirklich ko produktionen von fetten mit eiweißen pg es heißen die ist jetzt auch kein thema aber man ist in den ersten studien draufgekommen dass viele auf diese verpackungsmaterialien dieser mrna allergisch reagieren in beiden fällen ist es wirklich wichtig zu wissen dass eine entzündung ausgelöst wird durch die impfung das ist der sinn einer impfung und es weiß leider keiner was da für müll in der impfstoff präparation dabei sein wird um das auch wirklich gut zu machen manche sprechen von formaldehyde manche sprechen wirklich immer noch von schwermetallen wie aluminium der sich im sputnik genug drin also je nachdem wie egal ist dem impfproduzenten oder dem user ist was da alles noch reinkommt umso mehr ist da auch müll drinnen das heißt was da immer kommen wird ist eine eine sage ich mal eine entzündung weil es damit auch immer daherkommen wird ist eine histaminreaktion im kleinen weil was anderes ist ja nichts eine schwellung ist nichts anderes als eine histaminreaktion und was dann immer sein wird ist dass das immunsystem irgendwie reagiert und manchmal auch über reagiert und das ist das was man dann richtung langzeit folgen nennen muss das heißt reagiert ein immunsystem so wie sein sollte dass sie immer nur alles tut was eigentlich zu tun ist sie wartet quasi blöd gesagt bis der virus sich an der oberfläche dieser infizierten zellen zeigt attackiert die tötet die ab macht dann die gedächtniszellen und alles ist gut das ist das was man dann als titter hat also wenn man eine tittermessung dann hat von einem kranken zum beispiel der schon corona gehabt hat diese tittermessung sind nichts anderes als diese diese gedächtniszellen die das immunsystem produziert wenn sie einmal mit einem virus in kontakt gekommen ist und diese gedächtniszellen haben den punkt dass man sie verfolgen kann und wenn die dann abnehmen gehört hat nachgeimpft also das ist dann das was man auch dann bei hepatitis ab machen sollte oder was auch immer bei bei zecken impfung fsme dass man auf jeden fall immer schaut wie hoch ist noch der titel also wie viele habe ich noch von meinen zellen die wissen wie das immunsystem damals gekämpft hat und was zu tun ist oder brauche ich doch mehr nur das ist dass sie wissen das ist dann auch so ein thema bei vielen menschen reagiert danach über wie man dann eben merkt mit allergien also mit unverträglichkeiten gegen irgendwelche bestandteile von dem impfstoff oder es gibt dann eine verbindung von quasi dem virus mit einem schwermetall belastung und das ist so ähnlich zu sehen wie zum beispiel bei einer pollen allergie bei einer pollen allergie ist ja auch nichts anderes dass die leute nicht unbedingt auf den pollen reagieren sondern auf den pollen wenn er schwermetall belastungen hat und dann wird es gemeinsam quasi vom immunsystem attackiert und so kann man sich leider auch immunreaktionen vorstellen die auf seine impfung entstehen und das ist eine langfristige mögliche immer möglich sagen nie wirklich feststellbare sensibilisierung des immunsystems auf schwermetalle plus auf einem virus und insgesamt muss man sagen dieses histaminsystem ist ein kommunikationssystem das wirklich sehr sehr wichtige sachen macht also von gedächtnis bis magensäure hat alles mit dem histamin zu tun und an dieser schraube sollte man nicht zu viel drehen bei histamin denkt jeder nur an rotwein und parmesan käse und spinat oder sowas aber in wirklichkeit ist histamin ein wirklich wichtiger kommunikations ein kommunikationsmolekül das im körper sehr viel zu tun hat schlaf wach rhythmus und man weiß dass es ein wasserregulator ist und man weiß dass es im alter immer sensibler wird das histaminsystem in meiner praxis sehe ich fast bei jeder krebserkrankung wenn ich eine sehe dass das histamin erhöht ist das heißt es ist ein faktor der im körper sowieso im alter wenn der wasserhaushalt schlecht ist also wenn der körper quasi austrocknet dann kommt das histamin als regulator und setzt alles ein und das wenige wasser noch in spülung zu haben darum ist es oft einmal sehr sehr speziell auf ein schon sehr gehandicaptes immunsystem über den histamin stoffwechsel dann noch einmal einen großen große keule auf zu jagen und dort noch einmal das system so zu irritieren das ist wirklich ein großes thema auf der einen seite bei jugendlichen bei erwachsenen weiß man aber jungen erwachsenen weiß man dass solche themen des überreagierenden immunsystem auf der histamin basis und dann auf dieser zell basis der der immunisierung sehr viel häufiger zu autoimmunen prozessen führen kann als wir es früher gehabt haben das heißt auch hier haben wir den bereich wo wir nicht hin wollen dass bei sehr jungen menschen durch eine zu starke häufige oder eine unverträglichkeit bei der impfung und da sind wir wieder eher bei den schwermetallen und gar nicht bei den impfviren selber obwohl auch die ein thema sind dass dann in späteren folgen das sagen viele studien es zu autoimmunerkrankungen kommen kann und es gibt nicht eine so wie die ms es gibt dutzende bis vielleicht hunderte verschiedene autoimmunerkrankungen und das sind die themen die die jungen betreffen bei den alten ist das andere thema das dass man sagt okay eigentlich reagiert das immunsystem oft fast gar nicht mehr weil einfach das histaminsystem fast schon als einziges im system wirklich regulatorisch wirkt und die immunantwort wirklich eine sehr sehr schwache ist deswegen auch und dass wir jetzt wieder bei der zielgruppe wird zweimal geimpft zum beispiel bei der zecken impfung wird dreimal geimpft warum zum beispiel weiß man dass 80 prozent aller zecken impfungen oder zecken geimpften eigentlich schon nach der ersten impfung komplette immunisierung hätten also die sind immun aber wegen den letzten 20 prozent werden alle 100 prozent dreimal geimpft das war auch immer schon mein thema wo ich gesagt habe eigentlich wäre es doch viel viel besser man würde nach der ersten impfung warten wird dann eine tittermessung machen und sagen okay ihr habt jetzt antikörper entwickelt ihr habt jetzt gedächtniszellen entwickelt bitte ihr seid okay und die 20 prozent nicht reagieren das kann man dann wirklich hinterfragen das kann man auch genetisch analysieren muss man natürlich nicht wird man auch nicht aber die werden noch ein zweites mal geimpft oder vielleicht sogar ein drittes mal weil das aber zu viel aufwand ist in der diagnostik das war bis vor vor der corona zeit war das immer ein thema es waren immer die diagnose probleme weil man gesagt haben warum soll man geld ausgeben eine impfung ist billig und die diagnose ist teuer also hat man da immer gleich alle dreimal geimpft selbe gilt zum beispiel auch für humane papillomaviren bei gebärmutter halskrebs also wird auch blind geimpft was ja mal nicht schlecht ist dass man sagt okay ich impfe jetzt alle jungen damen und alle jungen herren um den herren irgendwelche themen mit der eichel seltener tumor auf der eichel zu ersparen und bei den damen die sehr viel häufigere gebärmutterhals tumorentwicklung zu ersparen impfe ich jetzt alle aber auch hier es gibt hundert verschiedene papillomaviren wenn man testen würde wer eine schlechte form davon hat und es sind nur sechs oder sieben von den hundert sind wirklich die dieses potenzial haben da etwas zu verändern dass man nur die raussucht die wirklich die impfung bräuchten dann würde sagen ja wenn der sein geschlechtspartner ändert dann kann es doch seinen bösen virus wieder anbringen also so wird dann argumentiert und damit wird wieder alles geimpft jetzt das erste mal sieht man eigentlich dass man vor testet und nachher impft um dann einmal auszuschließen dass man was übersehen hat und da sind wir bei einem wichtigen und das ist jetzt so der wichtigste punkt der bilder kompliziert ist wo es auch einige studien gibt die sehr kontroversiell diskutiert werden zu dem problem von geimpften und die dann auch noch von einem neuen virus attackiert werden weil wir sind sicher nicht am ende der pandemie wie sich der normale auto normalverbraucher vorstellt dass man sagt okay durch die impfung werden wir den virus los nein wir werden nur immun das muss man immer sagen wir werden immun unser immunsystem wird immer mehr her über die sache wie es auch bei den gesunden eigentlich ist bei den gesunden unter 60 jährigen ist es so dass das immunsystem eigentlich durch die krankheit immun wird viele studien sagen ja bei den einen länger bei anderen weniger lang eine der stärker krank wird ist besser immun was ja auch klar ist dann wird mehr in das system investiert an antikörpern an gedächtnis zählen also der hat dann längere immunität und einer der so quasi nur durchschleicht und einmal dreimal hustet und dann auf positiv getestet wird er hat dann eine schlechtere immunität aber insgesamt ist man durch die krankheit allein ja schon super immun nur dann weiß man halt nicht wie lange und da sind wir jetzt gerade was ist mit einem mutanten das heißt wir glauben immer ein mutant hat eine veränderung aber die neuen mutanten der b117 zum beispiel der englische der hat zehn verschiedene veränderungen die grundsätzlich dann zu einer anderen infektiösität helfen das ist quasi nicht eine veränderung sondern verschiedenste veränderungen die das ausführen und um das ganze jetzt noch mal noch mal ein bisschen auf die spitze zu treiben man kennt derzeit zehntausend verschiedene mutationen in der familie wir reden jetzt wirklich von einer familie dieser saas viren saas 1 oder 2 und wahrscheinlich gibt es noch andere auch das ist dann wirklich eine eine technische frage ob wann wird man dann saas 3 sagen und ab wann sagt man dann kovid 21 statt kovid 19 das wird uns wahrscheinlich noch blühen dass man dann in einem jahr oder vielleicht heuer noch einen virus haben den nennen sie dann kovid 21 spätestens dann wenn wirklich ein virus es schafft gegen die impfung immun zu sein also resistent zu sein dann werden sie ihn anders nennen um dann wieder das ganze karussell von vorne starten zu können das ist das was jetzt gemacht wird also jetzt werden nicht nur die viren getestet bin ich positiv bin ich negativ sondern es werden die viren getestet und auch sequenziert also es wird buchstabe für buchstabe angeschaut was ist jetzt da für ein virus da und wie und es wird auch bald so sein wie sind dann die quarantänebestimmungen für die eine viruspopulation für die andere viruspopulation und für die nächste viruspopulation weil das eine ist infektiöse das andere ist längerfristig krank machender und was auch immer also da werden wir sicher in den nächsten jahren noch vieles darüber hören werden uns in der sicherheit wiegen wir sind geimpft wird auch bei vielen gut gehen bei einigen wenigen und das ist so jetzt mein punkt den ich hier machen möchte um noch ein bisschen wissenschaft hineinzubringen ist der dass man drauf gekommen ist dass bei manchen menschen und das sind gar nicht so wenige darin im einstelligen prozentbereich durch die impfung etwas entsteht was eine 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 verstärkung eines infektes betrifft bei einer reinfektion mit einem verwandten das heißt man lässt sich impfen auf einen saß 2 und dann kommt irgendwann mal der saß 3 oder es kommt der covid 21 22 23 dann gibt es bei einigen wenigen das problem dass die antikörper dem virus helfen dass es noch schneller an sein ziel kommt und das wird jetzt gerade untersucht und das ist auch der grund warum es von anfang an immer sehr viele wissenschaftler gegeben hat die gegen diese impfung waren ob es jetzt mRNA ist oder nicht mna ist egal die gesagt haben obwohl es eher die mRNA gesagt haben warum hat so lange eigentlich keiner von diesem saß 1 virus einen impfstoff gemacht und die antwort ist ganz einfach weil man genau auf das drauf gekommen ist gerade bei so einem tödlichen virus wie es der saß 1 war wollte man keinen impfstoff machen der bei fünf prozent der menschen dann auf einmal eine verstärkung eines virus eine verstärkung eines möglicherweise in der zukunft befindlichen nächsten infektionszyklus zu haben das heißt vielleicht kommen sie darauf wen das besonders trifft aber das ist genauso ein damoklesschwert mit dem sich die leute gerade so da sind die publikationen rausgekommen 2012 also saß 1 war 2003 2012 ist man dann zu einem punkt gekommen dass man sagt okay das wird nichts mit dem saß 1 impfstoff weil da haben wir dieses problem ob dieses problem ignoriert wird oder ob man das problem irgendwie andersweit angehen möchte das möchte ich jetzt mal dahin stellen was sicher ein wunschtraum aller mediziner ist ist ja eine impfung und ein total potentes nebenwirkungsfreies medikament und das wird jetzt auch immer noch bevor da gibt es auch viele österreicher die da mitforschen gibt natürlich auch sehr viele natürliche stoffe mit denen ich so arbeite oder den leuten sage über mektien zum beispiel das einjährige bei fuß chloroquine das was der präsident in amerika gekriegt hat oder uns viele arbeiten mit dem cdl was ja als böses wasser reinigungsmittel verwendet wird andere arbeiten wieder mit anderen verbindungen die wirklich alle antiviral arbeiten mit süßwalzwurzel kann jeder arbeiten also es wird schon immer so sein dass wir auch weiter sehen werden dass ein medikament parallel zur impfung kommen wird also warum es jetzt verzögerungen gibt steht auf einem anderen blatt insgesamt sind sich alle einig dass man und das ist jetzt das wahrscheinlich der sukkus aller die da heute dabei sind und sagen ja irgendwann werden wir uns nicht mehr bewegen können also rein politisch motiviert im lockdown bewegungsfreiheit einschränken sage mal bewegen können wenn wir uns nicht impfen lassen wir werden wahrscheinlich einen europäischen impfstoff impf pass brauchen um nach italien zu fahren und nach spanien zu fahren oder nach amerika zu fliegen auf basis von dieser dinge werden dann immer alle sagen ja und was ist jetzt der beste impfstoff oder was ist die beste strategie und da sagen alle immer okay jetzt ist die schlechteste impfzeit klingt jetzt total blöd aber der winter war schon immer die schlechteste impfzeit weil man muss auf ein komplett intaktes immunsystem impfen also bitte auch für alle kinder die so jetzt auf die welt kommen und die dann mit drei monaten und sechs monaten ihre sechsfach oder siebfach impfung kriegen die müssen komplett gesund sein bitte nicht auf ein rotziges kind impfen bitte nicht auf ein krankes kind impfen das immunsystem hat schon genug zu tun wenn das kind krank ist das sollte man ihm nicht noch einen aufgabenbereich einen großen aufgabenbereich zuordnen und so ist es grundsätzlich jetzt nur jetzt haben halt das zeitproblem also jetzt sollte man impfen wenn man kann weil ja die neuen mutationen so viel stärker auf uns einwirken und damit sollte man zeit gewinnen indem man leute impft das heißt aber auch gerade in den sagen wir mal altersheimen wo jetzt eigentlich die zielgruppe zu hause ist reden man nicht von sehr viel gesunden menschen weil ich sage mal 50 prozent aller medikamente die die meisten nehmen in einem altersheim so über 70 80 sind immunsupprimierend und da rede ich jetzt nicht nur vom berühmtesten aller immunsupprimierenden mittel nämlich vom kortison was zum beispiel ein rheumapatient kriegen würde der vielleicht irgendwo in einem altersheim sitzt und seine schon 20 jährige rheuma erkrankung so immer noch gut unter kontrolle hat vielleicht sondern viele medikamente machen ein schwaches immunsystem auf das man dann viele haben ihre chronischen infekte über sage mal november bis märz das ist so wie es bei den kindern anfangen so hört es bei den alten oft einmal auf dass die dann wirklich eine zeit haben wo sie eigentlich in einer schwäche sind also genau in seiner zeit sollte man eigentlich jetzt nicht unbedingt das immunsystem herausfordern aber wir sind in einer zeitlichen zwickmühle darum ist es für mich eigentlich positiv wenn man so sarkastisch sein wollte für die jungen menschen die sich impfen lassen wollen dass es sich nach hinten verzögert also wer dann erst im mai oder juni dran kommt zum impfen der hat hoffentlich den vorteil dass er dann wirklich rundherum schon bei 20 grad außentemperatur erstens seinen vitamin d wieder aufgebaut hat und zweitens voll vollkommen gesund ist und wenn man schon bei den sagen wir mal den rundherum des impfens ist dann sagen die sagen wir ganzheitlich denkenden wissenschaftler ganz ganz wichtig ist ein guter vitamin d status vor der impfung und eine hohe vitamin c einnahme nach der impfung also zwei ganz wichtige punkte also man sollte nicht impfen mit einem vitamin d unter 30 oder 40 also bei 50 geht es los 70 wäre noch besser 100 ist okay also man sollte es vielleicht bevor man impft mal seinen vitamin d status messen und der hat ja auch was mit dem mit der jahreszeit zu tun also viele haben dann so im märz april nicht wirklich die geforderten 50 mikrogramm pro weiß ich nicht was an vitamin d im blut also da sollte man schon vielleicht da mal kurmäßig was tun oder nach kuba mal kurz auf sommerfrische fahren was man natürlich jetzt wieder nicht dürfen also da haben wir wieder ein problem wichtig dabei ist auch immer dass man sich überlegt was tut man dann gegen diese schwermetall belastungen die durch die impfung reinkommen also ich bin jetzt eigentlich weg vom gar nicht impfen oder impfen sondern ich spreche für die die sich impfen lassen wollen oder müssen irgendwann einmal wenn sie sonst ihre arbeit verlieren oder wenn sie sonst sich nicht mehr bewegen dürfen dann sollte man zumindest diese punkte die ich jetzt gerade so erwähne ein bisschen im visier haben entgiften heißt die lymphe offen halten rund um einen impfprozess und da sind wir bei einem sehr guten mittel aus der homöopathie und das ist tuja also tuja ist ein mittel dass man rund um eine impfung auf jeden fall einnehmen sollte um eben diese überlastung des lümpf- und immunsystems durch die schwermetalle der impfung rauskriegt das gilt auf jeden fall für die vector impfstoffe für die mrna impfstoffe muss man dafür schauen dass das histaminsystem nach unten kommt was gibt es da alles zu tun also man kann zum beispiel mit den heilpilzen arbeiten mit dem reishi und dem agariskuss kann man arbeiten man kann hier besonders mit zink arbeiten was ich sowieso jedem empfehlen hätte vielleicht die stelle wo geimpft wird immer mit einem zinkspray quasi zu bearbeiten um da das immunsystem auch wirklich gut hinzubekommen man kann es natürlich auch trinken das kollidiale zink aber besonders mit dem zinkspray zu arbeiten wird sinn machen andere themen sind natürlich an diesen tagen ein bisschen histamin freier zu leben von der ernährung her also nicht unbedingt dann am vortag rotwein trinken im übermaß oder sehr alte käse zu essen eh die üblichen verdächtigen man sollte auch wirklich seine darmflora nicht überreizen heißt unterm strich wenige entzündungen im körper haben heißt aber auch man könnte vorbereitet wo seine impfung auch weihrauch nehmen um damit quasi das die entzündungsanfälligkeit des körpers ein bisschen zu reduzieren ja jetzt habe ich noch nicht erklärt was der mrna impfstoff macht und für das wird eigentlich gut verkauft also der mrna impfstoff wo alle immer die angst haben hat die erbsubstanz wird in die in den zellkern gebracht wo die andere unsere erbsubstanz ist also diese mrna ist die in diesen fettkügelchen in die zelle eindringt und dann dort verarbeitet wird dringt eben nicht ein in den zellkern und verändert eben nicht direkt unsere erbsubstanz sie wird nämlich in den sage mal eiweiß fabriken außerhalb des zellkerns das sind die das endoplasmatische retikulum muss man sich auch nicht merken wird dort quasi verarbeitet wie eine normale mrna das heißt wenn wir unsere gene einschalten dann produziert unser zellkern mrna also messenger rna die wandert aus dem zellkern raus kommt dann dort zu diesen fabriken wird dann dort über die t rna quasi verarbeitet und dann kommt irgendwann das eiweiß raus das wir haben wollen ob das jetzt ein insulin molekül ist oder ob das irgend ein anderes molekül ist oder ein teil von einem großen enzym ist es wurscht es werden dort alle themen also alle informationen die vom von der erbsubstanz rauskommen werden dort verarbeitet und rausgeschleust und so ist es auch hier die mrna von dem virus die für das bike information für die spike rezeptoren das information da ist werden dort vervielfältigt und dann an die zelloberfläche gebracht und dort dem immunsystem präsentiert so ist mal der eine punkt dann gibt es ein paar kritiker die sagen ja aber so genau ist das system nicht da bleibt auch immer müll übrig und dieser müll wird dann auch wieder raus geschafft und gerade dieser müll ist der der dann wieder das immunsystem allergisch macht oder auto aggressiv und das stimmt schon auch das heißt da werden nicht nur fix fertiges bike moleküle gebaut sondern auch ein paar halbfertige spike moleküle gebaut und die können sich dann nicht so gut präsentieren sondern die fallen irgendwie als müll so rund um die zelle ab und auf das reagiert sicher das immunsystem und das ist eben genauso ein anfang von einem auto immun im prozess wer da interesse hat sich da ein bisschen mehr damit auseinanderzusetzen ist eingeladen auf unserer auf unseren telegram kanal da habe ich genau diese informationen da alle miteinander mal zusammengeführt wenn man da ein bisschen zurückliest da gibt es ein interview mit dem deutschen arzt der sehr berühmt geworden ist jetzt mit der corona krise der das erklärt dann habe ich das erklärt mit diesen antikörper also antikörper induzierten verbesserung der infektiosität durch einen anderen virus also wer sich dann ein bisschen einlesen will bitte sollte das tun unser kanal heißt heile dich selbst 20 21 und die einladung findet jeder jetzt dann im chat zu diesen vortrags folien und zu diesem vortrag das heißt der mrna virus wird jetzt nicht direkt integriert in unsere erbsubstanz heißt aber nicht dass er nicht mit unserer erbsubstanz interagiert also wird zwar nicht integriert aber meiner ansicht nach und ich komme aus dem bereich ein bisschen raus kann er interagieren also jeder der sagt mrna kann nicht zurück in die absoluten die zellkern eindringen würde ich jetzt nicht zu sagen er kann auch in mitochondrien zum beispiel eindringen kann dort sich an irgendwas binden kann dort etwas auslösen und das kann man entweder epigenetisch sehen dass irgendwas blockiert was eigentlich angeschaltet werden sollte und was er dann ausschaltet er kann zu einer replikation führen er kann einzelne teile von sich selbst da im system quasi verstärken das heißt es wird vielleicht und das werden wir in den nächsten jahren sicher nicht hören aber vielleicht in zehn jahren es kann zu einem epigenetischen prozess kommen auch nicht bei vielen aber bei einigen und das kann man eben nicht durch so kurzfristige studien wie jetzt bei den corona impfstoffen gemacht wirklich wissen das heißt epigenetisch ist das was wir derzeit richtung allen krebserkrankungen sehen wo man einfach versucht zu verstehen wie die umwelt auf unsere gene reagiert und welche faktoren da besonders negativ für eine zellentartung da ist also da ist die epigenetik besonders gefordert zu erfahren welche faktoren von außen reagieren auf unsere erbsubstanz schalten verschiedene gene ein und machen dann irgendwas was uns vielleicht einmal krank machen könnte autoimmun tetto man versteht noch sehr wenig man weiß nur dass zum beispiel die antikörper produktion des körpers selbst wieder an alten viren informationen dranhängt also es gibt auch ganzheitliche mediziner die sagen das immunsystem gibt es gar nicht also das sind nur einzelne faktoren eigentlich gibt es nur die antikörper und die zellen dazu sind erfindung so weit würde ich nicht gehen aber man sieht da dass es da über das immunsystem noch einiges zu wissen gibt was sie nicht verstehen wir greifen halt nur mit aller wucht auf dieses system ein was uns eigentlich schützen will und in wirklichkeit will es uns gar nicht nur schützen es will dass wir lernen wir sollten mit jedem virus den wir bekommen etwas neues lernen über die umwelt über die verhältnisse zwischen den sage ich mal art grenzen wir sollten wirklich lernen wie informationen verarbeitet werden können und das wäre natürlich und das sind so jetzt meine letzten worte ideal wenn man das in einer krankheit machen könnte in einer krankheit ohne einem massiven zytokinsturm und das ist ja das einzige warum dieser corona virus so viele probleme macht er macht der älteren menschen einen unheimlichen zytokinsturm also nicht nur das histamin ist dort ein großes problem was dann quasi alles auf die parikaden treibt sondern viele andere stoffe auch die die entzündung außer kontrolle geraten lassen und das ist eben bei älteren menschen das große problem weil sonst hätten wir einen virus der nicht so tödlich ist wie der corona oder nicht so infektiös ist wie der corona wenn es diesen zytokinsturm nicht gebe und das hat sicher damit zu tun dass viele von uns sehr schwermetall belastet sind dass viele von uns ein überfordertes immunsystem haben dass viele von uns schon viele kleine autoimmuneprozesse haben und dass viele von uns eigentlich chronische entzündungen an vielen orten haben ob es jetzt die ganze darmschleimhaut ist ob es jetzt die gelenke sind ob es die haut sind viele viele entzündungen machen miteinander irgendwann einmal diesen todbringenden zytokinsturm und auch da könnte man wieder mit natürlichen sachen eingreifen wie mit der süßholzwurzel wie mit dem balkal helmkraut auch hier ist zink ja super punkt wo man darauf eingehen kann wie die größeren themengeschichten also das sind alles dinge die ich zum beispiel in meinem antiviren mix alles drinnen habe weil ich denke wenn es dann mal auch kommt zu mir kommt ich weiß schon mit welchen dingen ich eine einen für mich nicht aggressiven virus auch immer nicht aggressiv werden lasse das heißt um das geht es ja der virus ist ja nicht aggressiv sondern er ist einfach nur schnell und das immunsystem ist dann gerne überfordert und dieses immunsystem muss man beruhigen sagen es ist kein todbringender virus du machst ihn zu einem todbringenden virus wenn du so übertreibst wenn du so mit der ganz großen ungezielten geschwindigkeit alles quasi abtöten möchtest was so daherkommt überlege mal was da alles gerade passiert also das macht man indem man quasi diesen zytokinsturm einfach bändigt mit pflanzlichen mitteln mit der richtigen ernährung ohne weizen am besten und ohne milch mit viel trinken mit der richtigen wärme zur richtigen zeit das heißt wenn man merkt dass man wirklich gerade infiziert worden ist ob das jetzt wirklich ein schnupfen ist oder wirklich ein corona ist hohe mengen an zink hohe mengen an vitamin c können diese erst infektion stoppen das geht wenn man es bald genug merkt und was was wie merkt man merkt man merkt wenn man kälte empfinden hat im körper weil dann fährt der körper mal runter das heißt das immunsystem schaut einmal wo gibt es da etwas zu sehen das ist das wo es dann ist die in der ersten phase infektion dann einfach die körperdämpfe runter senkt viele kommen aus diesem loch gar nicht mehr raus die können dann gar nicht mehr fiebern die bleiben dann da unten ist aber eigentlich nur ein zeichen okay da ist jetzt gerade die erste bastion nämlich die schleimhäute gefallen das sind jetzt viren auf dem weg und das immunsystem wird auf das reagieren wenn man in der phase alles mobilisieren kann zu dem ort wo die infektion stattgefunden hat und das muss man nicht einmal wissen obwohl es eh meistens die schleimhäute sind darum sprüht man halt dann in den mund hinein mit einem kollidialen zink oder mit einem kollidialen silber weil wenn auch wenn die viren da sind dann freuen sich auch die bakterien das ist ja dieses ständige hin und her entweder die viren sind stark oder die bakterien sind stark und da muss man auch antibakteriell arbeiten wie zum beispiel mit einem krebsverkehrnextrakt oder mit einem kollidialen silber mit einem kollidialen zink das eines antivirales zink das andere antibakteriell ist das silber also da könnte man dann auch wirklich das abfangen und dann ist man zwar krank aber nicht symptomatisch krank das ist zwar jetzt sagen alle nicht gut beim corona weil dann keine gedächtniszellen gemacht werden aber die erste information ist da und der zytokinsturm der dann wirklich das wirkliche problem ist der ist abgefuffert zu 100 prozent wenn man frühzeitig darauf schaut und das muss man eigentlich mit seinen älteren mit bewohnern wenn man mit seinem schwiegervater so wie ich zusammenlebt muss man das auch gleich mal kommunizieren dass sagt da gibt es was wenn die ersten symptome da sind dann kann man was tun Und das sollte man auch wirklich tun, das sollte man zu Hause haben, weil wir sind jetzt erst am Anfang, wo ich immer gesagt habe, der Jänner wird ein spannender Monat, jetzt sage ich, der Februar wird ein spannender Monat. Also Jänner, nächstes Jahr, habe ich gesagt, wird es, das habe ich im April gesagt, also wirklich interessant wird es erst im Jänner nächsten Jahres, weil dann die Grippezeit kommt. Von der Grippe hören wir heuer gar nichts, weil die, so wie in Australien gezeigt worden ist, um 90 bis 95 Prozent reduziert worden ist durch die Quarantänebestimmungen oder besser gesagt durch die Schutzbestimmungen, Hände waschen, keine Hände geben, Masken tragen. Also da sieht man dann, wie wenig infektiös eigentlich da die Grippe ist, aber in Wirklichkeit auch krankmachend. Gut. So, wer sich jetzt erhofft hat, dass er von mir eine eindeutige Empfehlung kriegt, den muss ich leider enttäuschen. Ich kann nur meine private Meinung sagen, ich möchte und warte auf einen Vektorimpfstoff, um nicht das zu umgehen, was eigentlich passiert. Und das sind jetzt meine letzten Worte. Das ist das, was ich dem mRNA-Virus-Impfstoff vorhalte, ein bisschen rein biologisch. Er umgeht die normale Immunantwort. Er gibt eigentlich nur eine Information an die Produktionsstätten in der Zelle. Baut mir bitte dieses Spike-Molekül. Und darum sagen auch manche, und das ist jetzt das Letzte, was ich sage, das ist kein Impfstoff, das ist ein Medikament. Also so werden auch wirklich Medikamenten in der, sage ich mal, Zukunft der Chemotherapie funktionieren. Man gibt etwas über eine Impfung rein, was eigentlich aber nur eine Produktion von etwas ist, was man haben möchte, um irgendwas zu bekämpfen. Da kann jetzt jeder überlegen, ist das jetzt eine Impfung nicht oder ist es schon, ist eigentlich wurscht. Insgesamt muss man sagen, also man umgeht ein bisschen das Immunsystem. Das Immunsystem lernt nicht richtig, was zu tun ist. Es lernt eigentlich nur zwei Drittel der Arbeit. Es reagiert dann oft einmal auf irgendwas, was denn das Molekül betrifft, das eigentlich nur als Packungsmaterial da ist. Und auf der anderen Seite ist es so, dass man sagen muss, eigentlich hat man das System nur lokal kurzfristig mal aktiviert. Und das ist der Grund, warum extrem viele mRNA-Moleküle gebraucht werden. Also das ist das wieder das Typische, wie immer in der Medikazin. Man pusht wirklich Millionen und Abermillionen dieser mRNA-Teile oder dieser, sage ich mal, fettkügliche mit der mRNA in das System rein, dass diese eher nicht effektive Art, das Immunsystem zu aktivieren, auch wirklich funktioniert. Und dem stehen wir jetzt. Und deswegen braucht es auch zwei Impulse, also zwei Impfungen. Da geht es gar nicht darum, gleich direkt eine Tite zu haben, sondern es geht wirklich darum, die Menge reinzugeben, dass das Immunsystem auch wirklich adäquat funktioniert. Also da bin ich lieber bei der alten Methode und sage, okay, die ist zwar auch erst 20 Jahre alt und da gibt es aber schon einiges an Erfahrung, auch mit allen Nachteilen. Also da sind vielleicht mehr Schwermetalle drin wie im mRNA-Impfstoff, steht leider nie auf der Verpackung drauf so genau. Aber insgesamt ist das der normalere Weg des Impfens oder sagen wir mal, das Immunsystem, der Immunsystemreaktion. mRNA hat auf eine andere Weise wieder den Vorteil, dass man sagt, dafür ist die RNA nicht einbaufähig in die Erbsubstanz und man hat da weniger Probleme. Auf der anderen Seite weiß man nicht, aber man weiß schon, aber man weiß nicht genau, was die mRNA noch macht, beziehungsweise wie schnell sie abgebaut wird. Also das sind die Punkte dann für die ganz, ganz Unentschlossenen zu sagen, wenn ich mich impfen lasse, brauche ich den, weil oder den, weil. Spannend wird es, ob sie uns, wenn Leute krank sind, auch wirklich alle impfen wollen, um das auch quasi flächendeckend zu machen. Da gibt es dann viele Theorien dazu, die aus ganz anderen Bereichen kommen, warum sie alle impfen lassen oder impfen wollen. Interessant werden die Monate nach den Impfungen bei den älteren Menschen. Es werden wirklich sehr, sehr spannend, wie es im April, Mai mit den älteren Menschen weitergeht, die dann geimpft worden sind, beziehungsweise wenn dann vielleicht dann doch nochmal eine Corona-Welle daherkommt, die mit der jetzigen Corona-Welle nur verwandt ist, aber nicht die gleiche. Okay, in diesem Sinne, sage ich herzlichen Dank. Da schalten wir mal aus, dann gehe ich wieder zurück. Habt ihr mich jetzt die ganze Zeit gesehen, oder? Keine Folien, nein, das waren ja nur Folien. Ich habe mir die Folien selber angeschaut, Entschuldigung. Der Björn hat mir auch nichts gesagt, aber ich habe es nicht viel versäumt. Ich habe nichts runtergelesen. Würde mich aber jetzt freuen, wenn wir ein bisschen diskutieren könnten. Vielleicht haben schon einige in den Chat geschrieben, ja, 15 haben schon in den Chat geschrieben. Bin ich gespannt, was da jetzt für Fragen daherkommen, die mich vielleicht noch ein bisschen aus der Reserve locken. Also die Sphänologie, da haben wir das, Frequenzhomöpati, Hallo Markus, kostenloses Webinar. Hätte im Anschluss noch eine Corona-betreffende Frage, es betrifft eine Bekannte, danke, Gerhard. Ja, einfach Fragen. Mein Wasser mögen Viren und Bakterien überhaupt nicht. Sauerstoff in gebundener Form, zusätzlich die Balanceöl. Ja, es gibt vieles. Also zum Beispiel die Chinesen sagen, heißer Wasserdampf, das mögen die Viren gar nicht. Ist bei denen die einzige Therapie. Also die atmen quasi heißen Wasserdampf ein in die Schleimhalte und haben dann quasi scheinbar viele Viren abgetötet. Das ist so, was jetzt so kursiert, was ich aber sehr gut nachvollziehen kann, dass das funktioniert. Ja, Entzündungshemmung mit Omega-3 ist natürlich klar. Folien gibt es nicht, habe ich keine gemacht. Ich habe alles erzählt. Tuja, in welcher Potenz? Ja, da muss nichts Besonderes sein. Also entweder das C12 oder das D30 kommt darauf an, wie verkappt man ist. Also rein genetisch, rein molekularbiologisch. Nehme ich in deinem Virusmix erst, wenn ich Symptome spüre? Nein, nein, also der Viren-Mix, den ich so anbiete oder so habe, der besteht aus lauter entzündungshemmenden Molekülen, also quasi Baikalhelmkraut, Süßholzwurzel, Chrysanthemen. Und die sollte man auch wirklich, sage ich mal, durchgehend machen, weil ich habe ja schon gesagt, vor einer Impfung oder grundsätzlich aus Bereitstellung für einen guten Verlauf, ob es jetzt eine Krankheit ist oder eine Impfung, sollte man selbst sehr histaminreduziert sein und sehr entzündungsfrei sein. Und das ist da sicher ein einfacher Punkt. Und wie gesagt, ich nehme jetzt schon durchgehend seit zwei, drei Monaten jeden Tag mein Stamperl kollidiales Zink auch aus dem selben Thema raus, dass ich sage, okay, Schleimhäute alle dicht, also schottendicht, da kommt mir kein Virus rein. Man kann es natürlich immer übertreiben. Zum Beispiel die Taktik oder die Geschichte, die ja so kursiert ist, es geht immer um die Menge der Viren, die einen krank macht. Also wenn man auch einen Pumpolgesunden mit nur einer groß genug wirkenden Menge an Virenpartikel attackiert, dann wird er auch kränker als mit weniger werden würde. Das ist klar. Aber da müsste man auch wirklich davon ausgehen, dass man immer mit einem sehr, sehr, sehr Kranken in Kontakt war. Also man kann jetzt gleich mal sagen, insgesamt, warum ist der B.1.1.7 oder E oder B so viel infektiöser oder wie kann man sich das vorstellen? Der macht das, was der normale Virus in einer Stunde macht, macht der in 20 Minuten. Also man braucht nicht mehr so viel Kontakt, man braucht nicht mehr so viele Viren, dass man infiziert wird. Also das ist das Einzige, was der so anders macht. Ich hatte im November Corona, ab wann soll ich mich impfen lassen? Ja, das ist eine gute Frage. Ist für die Entscheidung ein Antikypist zweckmäßig? Es wäre schon zweckmäßig. Ich kenne eine Dame, eine Klientin von mir, die arbeitet oder die war bei einer Studie auf der Salzburger Uni. Die hat auch die Krankheit durch und ist dort jetzt quasi eine Positivkontrolle. Und da wird jetzt auch geschaut, wie lang hält es. Und das finde ich schon spannend, dass man sieht, wie lange hält der Titer und wie hoch muss er sein? Und wie lange hält er hoch und wie lange hält er nicht so hoch? Aber es wäre schon spannend, ob man dann an der Impfung vorbeikommt, was eigentlich biologisch sinnvoll wäre, dass man sagt, aber eigentlich brauche ich keine Impfung, mein Titer ist hoch genug. Das entscheiden leider andere. Den Stand nicht aussuchen. Vielleicht kann man sich irgendwann mal zum Ende aussuchen, wie man getestet werden will. Ob man Rachenabstrich, Nasenabstrich oder Spülung machen möchte. Das wäre ja auch schon mal sehr positiv. Ja, wie gesagt, es wird die Zeit kommen, hoffentlich, wo man es sich aussuchen kann, ob man einen Vektorisierten haben will oder einen mRNA. Aber da müssen alle wirklich extrem viel liefern. Denn Sputnik werden wir in Österreich nie kriegen. Der ist wissenschaftlich nicht unsere Kragenweite, obwohl keiner weiß, ob es wirklich ist. Was hältst du von Shufeng Shidu? Kenne ich nicht, Sonja. Musst du mir erklären. Markus, der mRNA-Impfstoff ist doch nun das erste Mal zugelassen worden. Die meisten, der kann nicht in die Erbsubstanz eingebaut werden. Kann man das wirklich schon sagen? Und woran wurde dann in den letzten 20 Jahren geforscht? Er hat doch keinen Impfstoff geschafft bis dato. Bin ich da falsch informiert? Ja, wie gesagt, dieser Impfstoff ist eigentlich kein Impfstoff, sondern ein Medikamentenproduzent. Also er wird halt nur als Impfstoff genutzt, weil diese Plattform schon da war. Aber insgesamt wird er eigentlich für die Krebsforschung genutzt. Dass man sagt, ich möchte etwas produzieren, was den Krebs blockiert in der Zelle des Krebses selber oder in der Zelle des Immunsystems gegen den Krebs. Und darum wird zwar daran geforscht, aber es ist das erste Mal, dass einer Juhu geschrien hat und gesagt hat, ja, wir haben eh sofort was. Und die Plattform, wenn die da ist, wird da innerhalb von kurzer Zeit sowas produzierbar. Er kann aber wirklich nicht in die Erbsubstanz. Nur er kann epigenetisch arbeiten und das kann auch dauerhaft was ändern. Und das Gemeine an der Epigenetik ist, dass dies sehr schnell vererbt werden kann. Aber das sind alles, vielleichts und wenns, möchte ich gar nicht mehr dazu sagen. Außer, dass man sagen muss, okay, einfach mal verfolgen, was so passiert. April, Mai, wenn die jetzt 80-Jährigen, 90-Jährigen geimpft worden sind und dann hoffentlich mit Ehrlichkeit geschaut wird, was da für Nebenwirkungen daherkommen oder auch nicht. Weil je nachdem, welche Medien man anschaut, kriegt man entweder alle Nebenwirkungen präsentiert oder keine. Geht der Vektorimpfstoff in den Zellkern? Hab mal so etwas Ähnliches gehört, ja. Also wie gesagt, der Vektorimpfstoff funktioniert wie ein Virus selber. Das heißt, das ist ein für uns harmloser Virus, der ausgehöhlt worden ist und mit der Information geht das Spike und das ganze Coronavirus, geht der in die Erbsubstanz rein und wird dort produziert. Geht auch nicht anders, weil das der normale Weg ist. Und er hat schon seine Fürs und Widers, aber man ist halt wirklich draufgekommen, dass das eigentlich jeden Tag hunderte Male passiert, dass irgendwelchen viralen Informationen in den Zellkern ein- und auswandern und dort irgendwas machen, ob das jetzt Herpesvirus ist, ob das Hepatitis ist oder was auch immer. Das ist nicht der Impfstoff alleine, der das macht. Und daher ist es der Natur ähnlicher wie der mRNA-Virus. Aber mit allen Möglichkeiten, positiver wie negativer. Was kann ich tun, wenn ich schon Covid hatte und noch immer starke Muskel- und Gelenkschmerzen habe? Nützt da auch nur der Virenmix? Nein, nein, da nützt der Virenmix alleine nicht. Das ist ja entzündungshemmend. Nein, da gibt es noch etwas zu tun, was auf jeden Fall wichtig ist, nämlich Entgiften. Da kann etwas sein, dass da über die Zeit, wo man wirklich krank war, ich weiß nicht, wie die Kranke damals war, da akkumulieren dann Toxine im Körper, die man raus muss. Und man muss etwas tun, was auf jeden Fall das Immunsystem wieder auf die Höhe bringt. Also auf das allein, Virenmix allein ist zwar gut, aber nicht das einzig wahre Mittel. Inwieweit kann Sauna vorbeugen? Super. Also wie gegen jede andere Grippe und Infekt an Krankheit auch. Nur gibt es halt jetzt keine Sauna, außer die zu Hause. Und dasselbe gilt für Infrarotkabinen. Da haben wir einen Kollegen, mit dem er sehr viel zusammenarbeitet, die Liva. Die würden Infrarotkabinen produzieren, sag ich mal, eh schon seit Jahren und Jahrzehnten. Das ist etwas, was in Österreich eh fast jeder Fünfte schon zu Hause hat. Da sind wir weltweit die Spitzenreiter. Also die Infrarotwärme wäre fast nochmal besser, weil es in die Tiefe geht, als die Saunawärme, die nur Oberflächenwärme ist. Aber insgesamt Sauna, Schneesauna ist die beste Abhärtung und damit ist die beste Immunstimulierung, die man machen kann. Gab es nun einen Vektorimpfstoff? Ja, natürlich. Alle letzten Impfstoffe, die es so gegeben hat, auch das, was unsere Kinder so kriegen, sind alles Vektorimpfstoffe. Also es gibt jetzt eh fast keine Tod- und Lähmendvirenimpfstoffe mehr und auch keine Toxinimpfstoffe mehr. Also die meisten, die jetzt so am Markt sind, sind eigentlich Vektorimpfstoffe. Also bestes Beispiel, zum Beispiel Zeckenimpfung ist ein Vektorimpfstoff. Ich habe schon öfter gehört, der Impfstoff soll auf Dauer eine Art Sterilisierung bewirken und was im Gehirn verändern kann, das möglich sein, dass man das so programmiert, warum auch immer. Also das mit Programmieren kann nichts sein, aber das, was passieren kann, kann sein. Und da geht es auch aber immer um die Reaktion des Immunsystems. Und da geht es um das Autoimmune, also um dieses ziellose Attackieren von Immunzellen gegen eigene Zellen wegen eben dieses Mülls, der da produziert wird, der aber eigentlich mit der Impfung selber nur eine Abfallbeziehung hat. Also das ist das. Ich kann es dir einmal zeigen oder mache ich mal so. Dort, 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 wo habe ich ihn? Also das ist jetzt eine positive, das ist ein negative. Wo habe ich ihn denn? Jetzt habe ich ihn nicht mehr. Das ist der Sputnik, russischer Impfstoff. Nein, da gibt es eben genau diesen, genau den da. Ich kann mir seinen Namen nicht merken. Ich will nicht streiten mit Bila, mit Drosten. Ich will mit ihnen diskutieren. Der Bhakti ist der Einzige, der sich wirklich gut integriert in das System der Alternativmedizin, indem er sagt, okay, wie er schon sagt, ich möchte eigentlich mit den Herren reden, die da alles entscheiden und nicht unbedingt alles verteufeln. Und der zeigt eigentlich wirklich das auf, was möglich ist. Und er sagt es auch, es ist nicht ein Muss, sondern eine Möglichkeit. Und das ist einer, der auch wirklich jetzt ein Buch geschrieben hat, der schon seit März quasi auf den Barrikaden steht und sagt, okay, was macht ihr da mit dieser Pandemie? Was macht ihr oder für was setzt ihr diese Pandemie noch ein? Von Wirtschaftszerstörung bis eben Aufbau eines autokratischen Systems und was auch immer. Also der ist wirklich gut. Der war auch schon bei Red Bull Fernsehen und was auch immer und ist in Deutschland ein sehr gefragter Sprecher. Also von daher ist der sicher ein Video wert oder zwei. Ja, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Das mit der Sterilisation, da gibt es jetzt Studien drüber, aber das ist derzeit noch eine normale Nebenerscheinung. Das heißt, da ist man noch nicht wirklich dabei zu sagen, das ist jetzt wirklich statistisch mehr als bei anderen Problemen. Und man versteht es aber noch nicht, darum traut man sich nicht zu sagen, wo die Reise dahin geht. Gehirn und Veränderung kann man genauso gut wenig sagen. Insgesamt alle Schwermetalle, die in den Körper eingeimpft werden oder alle Formeldehyde oder was auch immer, kann leider die Blut-Hirn-Schranke vielleicht überwinden und dann Probleme machen. Aber auch da reden wir von Langzeitfolgen. Die hauptsächlichen Sofortfolgen sind wirklich Histamin-Schocks bis zum anaphylaktischen Schock, dass einfach der Kreislauf zusammenbricht. Und das ist sicher etwas, was bei älteren Herrschaften nicht zu unterschätzen ist, weil die schon so ein überfordertes System haben. Welche Nebenwirkungen sind bei einer Impfung zu erwarten, wenn ich bereits jetzt sehr stark Histaminreaktion habe? Es ist immer die Frage, wo hast du die hohe Histaminreaktion? Man kann eine hohe Histaminreaktion haben, die nennt man dann Allergie auf Pollen. Dann gibt es aber die, die nennt man Allergie auf Lebensmittel. Dann gibt es die, die nennt man Allergie, also Bronchial auf irgendwelche Schwermetalle oder was auch immer. Ihr müsst euch vorstellen, das Histamin ist im Körper eine wichtige Substanz, ist aber auch ein wichtiger Regulator, wenn es zu viel wird. Und es löst dann immer diese allergische Reaktion aus, um sich von Belastungen zu befreien, indem es einfach zum Beispiel im Darm dann Wasser einleitet und es führt zu Durchfall. Oder im Gesichtsbereich Tränen dann die Augen oder das Wasser rinnt einem aus der Nase. Das ist eigentlich nichts anderes als ein Versuch, das Körper sich von Giftstoffen zu befreien. Und da ist eben die Frage, auf was reagierst du mit Histaminreaktion? Wenn es nur im Darm ist, wird es kein Problem sein. Ist es aber da irgendwo im Lymphbereich, ist es da Bronchial, dann ist es natürlich am blödsten, weil das sind genau die Bereiche, wo wir da Reaktionen eigentlich fordern. Und wenn dann dort schon Reaktionen ablaufen, dann können die durch die Decke gehen. Das ist dann ein Problem. Ich arbeite im Krankenhaus und werde mich demnächst impfen lassen müssen. Ja, dann bitte wirklich Vitamin D messen, Vitamin D nehmen, Vitamin C danach nehmen, am besten drei, vier Gramm danach. Da kann man so nichts falsch machen. Man kann schon seine Ernährung histaminfreier machen. In Wirklichkeit geht es aber auch darum, Wasser zu trinken, wirklich viel Wasser zu trinken. Dann reguliert sich das Histamin auch. Zink auf jeden Fall in allen Varianten. Ja, das wäre so meine Impfvorbereitung, wenn man sagt, ich muss etwas tun, um mich vor der Impfung zu schützen. Kannst du uns unterstützen, wenn man geimpft ist? Ausleiten. Ausleiten ist immer so eine Sache. Ja, man kann es ausleiten. Das mache ich mit dem Herbert, mit dem Trendsing, mit meinen Kollegen schon auch immer wieder. Wir machen es dann sehr ganzheitlich, dass wir sagen, okay, nicht nur die Impfung ausleiten, sondern einfach die Entzündungsregulation wieder adaptieren mit reiner Frequenz-Homöopathie. Da gehört aber alles dazu. Also nur ausleiten und nicht entgiften und nicht entzündungshemmen ist zu wenig und dann nur Entzündungshemmen mit nicht ausleiten könnte auch zu wenig sein. Also das ist bei uns immer so ein großes Programm. Interessant wäre halt, aber das wird keinen in die Finger kriegen, dass man sich den Impfstoff besorgt. Das, wo die Kanüle, wo rausgeimpft worden ist, weil dann könnte man das als Information schon mal hernehmen. Sonst müsste man genau wissen, was für eine Charge beziehungsweise wie der genau heißt. Das könnte man schon rausfinden. Aber ausleiten ist immer ein Thema. Wie bei jeden Allergien auch. Bei Allergien auf Pollen, Lebensmittel und Alkohol. Achso, Pollen, ja, das klingt schon nach einer... Also da würde dann vielleicht noch mal kurz vor der Impfung, wenn man schon auf Pollen und sowas reagiert, eine kleine Entgiftungskur machen. Kommt davon an, wie viel Zeit das man hat. Da müsste man schon noch ein bisschen entgiften mit Spirulina oder mit Dulce oder mit so irgendwas, dass man da ein bisschen auch das System auf der Ebene ein bisschen beruhigt. Sie haben gesagt, man sollte Milch meiden. Meinen Sie damit auch Joghurt, Butter, Käse oder nur Milch? Ja, eigentlich... Also Milch ist jetzt für das Immunsystem eher und auch für das Lymphsystem eher eine Belastung. Das gilt für alle Milchprodukte, wo das Joghurt noch das Beste ist von allen. Gut. Ihr Lieben, ihr seid sehr alle aufgeklärt. Es gibt nichts zu fürchten, es gibt etwas zu ändern an seinem Leben, indem er sagt, okay, ich versuche grundsätzlich gesund zu sein, um mein Immunsystem zu stärken und dann zu hoffen, dass doch nicht alle zu Hurt geimpft werden und dann, wie gesagt, wir brauchen 55 Prozent. Also wenn wir die 45 sind, die sich vielleicht nicht impfen lassen, dann sollen sich die anderen 55 impfen lassen und dann haben wir die berühmte Herdenimmunität, nur ich glaube, deswegen werden Sie das nicht so sehen. Darum werden wir uns vielleicht nochmal hören. Also nächster Informationsmontag ist der 22. Februar, wer sich notieren möchte. Glaube ich zumindest, dass ich mir das notiert habe. Ja? Wo wir da weiterreden, wo wir jetzt aufgehört haben. Es soll es jetzt gehen, dass wir einmal im Monat uns vielleicht hören. Dazwischen alle Informationen bitte auf unserem Kanal. Heile dich selbst 2021. Bisschen verfolgen und vielleicht auch teilen. Gut, ich wünsche euch einen schönen Abend. Alles Gute. Vielleicht sehen und hören wir uns einmal irgendwo ganz privat unter vier Augen. Ich als Lebens- und Sozialberater darf ja arbeiten. Also ich darf euch nicht angreifen, nicht umarmen, aber ich darf euch erzählen, was ich bei euch mit meinen Geräten so sehe. In diesem Sinne, schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke fürs Dabeisein. Laute alte Bekannte.